Hey Leute, was geht ab zum neuen Video? Ich hab Booster Packs geholt von Pokémon. 6 Stück. Insgesamt 30 Euro. Einmal. Falsch herum. Ach egal, ich öffne die. Zuerst nehme ich das da. Das da. Ich lese vorne und zeige es in die Kamera. Um, dass ihr wisst, ich filme mit dem Handy. Bin ich blöd? Ja, ich bin blöd. Alter, was ist das für ein Schiss hier? So, die erste. Die erste Karte ist... Warte. Hm, hm. Ja, hm, toll. Hat sich direkt vermisst. Okay. Hab das denn? So. Zuerst haben wir ein Kire... Hier ist übrigens Benachrichtigung. Ein... Kirlia. Kirlia, ich kann das nicht aussprechen. Visa Energie. Ein Tausch. Oh, Krokel. Voll süßes Pokémon. Ein Tropius. Ein Krimanzo. Ein Mopex. Ein Tentara. Tentara, ja. Sieht so aus. Schöne Karte. Fampi. Fami. 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 Okay, ich komme schon nach. Veti. Vati. Oder so. Klad... Kladiantri. Kladiantri. Ein Kultzpack. So. Ähm... Jetzt das nächste Pack. Das ist das da. Ein neues Pack. Also. Ich glaube, ich bin einfach nur zu dumm, das zu öffnen. Ja. Ja. So. Und direkt wieder rumgeschmissen. Da sehe ich direkt nur eine strahlende Karte. Einmal Menki. Knabon. Schillingen. Schillingen. Ich lese so gut vor, wie ich kann. Das ist ein Trank. Ein... Ein... ...Hetira. Ein... ...Nigirak. Ein... Trainer. Ein... ...Ein... und die erste gute karte die da so das ist die erste gute halt bis jetzt die beste karte ist das ist ein eisenrad ist ziemlich weich also denke ich mal ist es nicht fake also ich weiß ich bin mir nicht sicher da wird nichts gutes drin sein sage ich euch heute meine damen und herren 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 die erste karte ist eine energie karte so hier im anderen pack war auch noch eine energie karte so lassen euch mal schauen ich habe jetzt nichts gesehen jetzt gucken wir mal ein bambelin energie zu wenig ferku ferkuli flamon und das ist ferkuli flamon die nächste ist felipso felipsa ep trailer habe ich jetzt als duplikat und letzte eine scheine trainer oder sowas keine ahnung ich kenne mich die nächsten tags warten auf mich ich glaube hier wird nichts besonderes kann ich sag's euch ich sag's euch ich merke das schon ich merke schon ich kann mir schon wortwörtlich führen ich lasse euch davor zeigen ich weiß nicht ob man jetzt alles sieht ob da ne strahlende drin ist also hoffentlich ist da was gutes drin aber ich sag euch da ist nichts gutes drin so jetzt gucken wir brauchen wir brauchen ich glaube ich glaube die erweiterung von der ja ich habe einmal eine erweiterung energiekarte unnötig unnötig dreimal habe ich dir jetzt oh nein oh süß geht eigentlich geht es geht es geht es geht es geht hoffentlich hören wir noch eine gute ziehen ich glaube nicht so hier sind noch die anderen nix besonderes ich glaube da werden wir im nächsten pack nicht so viel gutes finden wir haben bis jetzt eine gute karte innerhalb von fünf packs und das ist schon das ist schon der hammer und wir öffnen die nächste bis gleich so flip na die eine karte habe ich schon entfernt gucken wir uns das mal an ist das eine gute ich habe mich verschluckt ja super geht eigentlich oh ich sehe da was glitzern sagen aber ich glaube nicht ich versuche eine einzige besondere karte noch zu finden im letzten pack hier das letzte da muss was gutes drin sein wenn da nichts gutes drin ist dann passiert irgendwie gar nichts nein nein ich lasse euch nicht gucken wenn da was gutes drin ist ok so oh mein gott gott noch ein duplikat oh die eine die war so süß hier sind hier sind fast nur wunde bitte ich sehe nichts glänzende ich habe nur eine gute karte wirklich zurückzogen das ist voll traurig das ist mega traurig Leute aber äh ja nix aber ja äh 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 was wollte ich jetzt sagen die einzigen guten karten die wir jetzt gefunden haben sind die beiden ich muss sagen ich bin nicht so überzeugt von der das fällt mir jetzt erst auf das ist eine gute ja normal gut aber das ist sogar eine ziemlich gute echt ja echt ne ja ich bin ich bin ich bin scheiße egal tschau tschau tschau